Nummer 5. Set aus 6 hitzebeständigen runden Maisschalentellern. Sie haben einen Durchmesser von 30 cm. Von Hand gewebt, verleihen Sie dem Esstisch ein natürliches Flair. Sie sind langlebig und schützen den Tisch vor Hitze und Flecken durch Lebensmittel oder Flüssigkeiten. Wärmedämmung bis zu 90 Grad. Die Tischsets sind rutschfest. Leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Set aus 6 grauen Untersetzern mit einem Durchmesser von 38 cm. Jeder Unterteller ist groß genug für jeden Teller oder jede Schüssel. Hergestellt aus umweltfreundlichem Material. Polypropylen und Baumwolle. Die Unterplatten sind geruchsneutral, fest und hitzebeständig, rutschfest und antibakteriell. Wärmedämmung bis zu 70 Grad. Die Unterlegplatten schützen die Tischplatte vor Hitze, Kratzern und Flecken durch Flüssigkeiten oder Speisen. Wir empfehlen, das Produkt mit einem feuchten Tuch oder Schwamm zu reinigen. Erhältlich in verschiedenen Farben. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Set aus 4 Tischsets aus natürlicher Wasserhöherzinte. Diese Tischsets verleihen ihrem Tisch Charme und neuen Stil. Ein perfektes Set für ein Abendessen im Freien mit Freunden. Die Platten sind hitzebeständig, dick und rutschfest. Sie schützen den Tisch vor Hitze und Flecken. Leicht zu reinigen, einfach ein feuchtes Tuch verwenden und dann an einem trockenen Ort aufbewahren. Perfekte Tischsets für ein originelles Geschenk. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2. 6 gewebte Tischsets aus natürlicher Wasserhöherzinte, hergestellt aus nachhaltigen Materialien. Das geruchsneutrale Jute-Tischset kann als schöne Dekoration verwendet werden und bringt eine natürliche Atmosphäre in Ihr Zuhause. Diese Tischsets sind recht dick und schützen den Tisch vor Hitze. Außerdem haben Sie eine Anti-Rutsch-Funktion. Ausgezeichneter Artikel. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Set mit 6 hochwertigen, natürlich aussehenden, neutralen runden Unterteller, die Ihrem Zuhause, Ihrer Bar oder Ihrem Restaurant eine warme Note verleihen. Jeder Unterteller wird in Vietnam handgefertigt, wobei eine erneuerbare, schnell wachsende Wasserhöherzinte verwendet wird, die regelmäßig geerntet werden muss, um die Wasserwege sauber und die Gewässer mit Sauerstoff zu versorgen. Diese Tischsets sind hitzebeständig und schmutzabweisend. Tolle umweltfreundliche Geschenkidee. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt.